Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzlberger und in dem heutigen Video schauen wir uns die aktuellen Geschehnisse rund um die Lang und Schwarz AG an. Ich freue mich sehr, dass sich hierfür der Vorstandsvorsitzende der SDK Daniel Bauer eingeschaltet hat. Hallo Daniel. Hallo Paul. Lang und Schwarz kennen die meisten vom außerbörslichen Handel und die Gesellschaft ist in den letzten Jahren richtig groß geworden, unter anderem durch Partnerschaften mit Flatex, Digiro, Comdirect oder besonders auch dem Neobroker Trade Republic. Die Aktie hat sich seit Anfang 2020 zwischenzeitlich mehr als verzehnfacht. Gestern kam es jetzt aber zu einer heftigen Kurskorrektur und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Daniel, was ist denn da gestern Abend eigentlich passiert? Ja, Lang und Schwarz hat gestern eine Ad-Hoc-Mitteilung bekannt gegeben, mit der sie im Endeffekt zunächst mal die Hauptversammlung, die am 26.08. stattfinden hätte sollen, abgesagt haben, auf unbestimmte Zeit verschoben haben. Und als Grund wurde genannt, dass es seit dem 23.08. einen Änderungsbescheid von den Steuerbehörden gibt für die Jahre 2008 und 2009 und es in diesem Zuge zu hohen Steuernachzahlungen von bis zu 61 Millionen Euro aus Sicht der Lang und Schwarz AG kommen kann. Jetzt wollen wir natürlich noch mal ein bisschen näher in diese Pressemitteilung reinschauen, blenden hier vielleicht auch ein paar Folien dazu ein. Daniel, was fällt dir denn besonders auf oder wo sind denn besonders viele Fragezeichen? Ja, also die Pressemitteilung enthält eigentlich mehr Fragezeichen, als sie Antworten gibt. Das hat auch gestern am 24.08. auch noch zu dem starken Kursrückgang von über 40 Prozent teilweise geführt. Warum ist das so? Man gibt zwar an, dass es hier Themen gibt, steuerliche Themen, aber man bleibt zum großen Teil im Dunkeln. Das heißt, man geht nicht genau darauf ein, auf was es sich genau bezieht und wirft damit sehr, sehr viele Fragen auf. Vielleicht, wenn wir uns die Pressemitteilung mal kurz anschauen, da ist es im Endeffekt im dritten Absatz gleich auffällig, dass hier die Gesellschaft von den Geschäftsjahren 2007 bis 2011 spricht, in dem Zusammenhang es strafrechtliche Ermittlungen gibt gegen verantwortliche Personen der Lang- und Schwarz-Aktiengesellschaft wegen des Verdachts unrechtmäßiger Anrechnung bzw. Erstattung nicht gezahlter Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge bei Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag. Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Komplexgeschäfte, die ja schon seit längerem in den Medien diskutiert werden. Da gibt es mittlerweile ein Urteil vom Bundesgerichtshof, dass diese Geschäfte nicht erlaubt waren, dass man damit gegen Recht verstoßen hat und dass hier auch die Verantwortlichen sich strafbar gemacht haben und entsprechende erzielte Gewinne auch zurückzuzahlen sind. Und auch der Verjährungszeitraum, da wurde auch immer diskutiert von angeblich zehn Jahren, sei hier kein Problem. Das heißt, die Behörden können auch zum Beispiel in die Geschäftsjahre 2007, 2008, 2009 zurückgehen und dann unrechtmäßig erhaltene Steuerrückzahlungen auch wieder zurückfordern. Wenn man sich das aber jetzt hier anschaut bei Lang und Schwarz, dann bleibt im Endeffekt im Dunkeln, um welche Geschäfte es konkret geht, gegen wen das Ermittlungsverfahren sich bezieht und wieso denn das Auskunftsersuchen, von dem hier auch die Rede ist, das ja schon länger zurückliegen muss. Ein Auskunftsersuchen geht normalerweise mehrere Monate, bevor dann überhaupt ein Änderungsbescheid von den Finanzbehörden zugestellt wird an die Gesellschaft. Das heißt, hier müsste das schon länger bekannt gewesen sein, dass es hier ein Thema geben könnte, warum über dieses Auskunftsersuchen eben auch im Geschäftsbericht 2000, über das Geschäftsjahr 2020 zum Beispiel im Risikobericht nicht berichtet wurde. Es steht zwar im Bericht des Aufsichtsrates, dass er sich hierüber vom Vorstand informieren ließ in Bezug auf vergleichbare regulatorische und rechtliche Risiken und auch steuerliche Themen. Der Vorstand den Aufsichtsrat berichtet hat, aber konkret wurde hier in dem Zusammenhang eben nichts angesprochen. Das ist schon ein Punkt, der einfach Fragen aufwirft. Eine Zahl hat sicherlich eine besondere Bedeutung. Also wir lesen ja auch von Rückstellungen, die gebildet werden sollen, aber auch von einer Belastung von bis zu 61 Millionen Euro, die hier aufgeführt wird. Und wir wollen das Ganze mal ein bisschen in Relation setzen, haben hier auch eine Folie vorbereitet und wir schauen mal drauf, was die Gesellschaft allein in den ersten sechs Monaten hier verdient und umgesetzt hat. Ein Umsatz von 459 Millionen Euro und ein Konzernüberschuss von 48 Millionen Euro. Also wir sehen, die Gesellschaft ist aktuell enorm ertrags- und auch liquiditätsstark und könnte diese 61 Millionen Euro, wenn wir jetzt mal allein die aktuellen Performance-Kennzahlen uns anschauen, sicherlich wegstecken. Man sieht auch, dass der Abschlag, also die 61 Millionen Euro, wenn wir es jetzt mal auf den Aktienkurs beziehen, lediglich in Anführungszeichen 19 Euro je Aktie darstellen würden. Also die Börse preist aktuell viel mehr ein und besonders gestern Abend, also präsentiert hier oder reflektiert hier im Aktienkurs viel größere Unsicherheiten. Und da kommen wir natürlich jetzt zu dem wichtigen Punkt Reputationsrisiken. Der absolute Worst Case wäre es natürlich, wenn jetzt ein großer Partner wie beispielsweise Trade Republic sagen würde, wir suchen uns jemand anderen. Daniel, wie schätzt du denn die Reputationsrisiken in diesem Zusammenhang ein? Also zunächst mal zwei Themen. Erstens die Reputationsrisiken, denke ich, sind eher gering. Also im CumEx waren eigentlich alle großen Banken verwickelt, von der HVB bis hin zu den großen Beratungshäusern, also den Wirtschaftsprüfer und auch die großen Großkanzleien, die hier Gutachten erstellt haben, dass das alles in Ordnung sei, obwohl eigentlich jedem vernünftigen Mensch klar sein muss, dass man eine Steuer, die nicht gezahlt wurde, auch nicht zurückerstattet bekommen kann. Diesen Punkt, denke ich, kann man, was das reine Reputationsrisiko angeht, eher gelassen sehen. Was ich aber doch noch ansprechen möchte, ist die Relationen. Da wirft Lang und Schwarz auch noch mal ein paar Fragen auf. Du hast es richtig erwähnt. Man spricht hier von 61 Millionen Euro an Risiken, die man im Endeffekt zu tragen hätte, sollte diese Auffassung der Steuerbehörden Bestand haben und Lang und Schwarz wirklich hier eben dann Rückzahlungen leisten müssen. Hier muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen in die Pressemitteilung gehen, denn für mich ist nicht so ganz klar, wie man auf diese 61 Millionen Euro jetzt kommt. Einerseits liegen bisher nur Änderungsbescheide für die Jahre 2008 und 2009 vor. Das heißt, hier müssten die Behörden eigentlich konkrete Summen genannt haben. Die nennt Lang und Schwarz aber nicht. Dann wird aber auch erwähnt, dass das Auskunftsersuchen, das vorhergehende Auskunftsersuchen sich auf den Zeitraum 2007 bis 2011 bezieht. Und Lang und Schwarz geht jetzt davon aus, dass die Zeiträume 2007 einerseits und 2010 und 2011 andererseits wesensverschieden sind zu den Zeiträumen 2008 und 2009, also die bisher schon quasi von den Behörden geprüft wurden. Dennoch kann man, obwohl kein Bescheid für 2007 und 2011 vorliegt, quasi schon diese 61 Millionen Euro errechnen. Da ist natürlich die Frage, wie das ist da eingeflossen? Wie hat man diese Wesensverschiedenheit quasi mit in die Berechnung mit aufgenommen? Hat man davon einfach abgesehen, dass man quasi mögliche Forderungen der Steuerbehörden einfach als nicht durchsetzbar ansieht, weil es eben wesensverschiedene Sachverhalte sind? Oder hat man da auch die Risiken voll abgebildet? Und dann stellt sich für mich auch noch die Frage, warum bildet man dann nur Rückstellungen über 45 Millionen Euro im aktuellen Fiskaljahr, wenn man denn Risiken von 61 Millionen identifiziert hat? Das wirft auch Fragen auf, denn wenn man diese Risiken identifiziert, dann wäre natürlich gut zu wissen, warum man dann eben auch nicht quasi 61 Millionen als relevant anzieht, sondern nur 45 Millionen. Sind es dann diese 45 Millionen für den Zeitraum 2007, 2008, wo schon Bescheide vorliegen? Oder für welchen Zeitraum betreffen quasi diese 45 Millionen Euro? Das wäre, denke ich, nochmal auf alle Fälle erwähnenswert, denn sollte es wirklich so sein, dass Lang und Schwarz jetzt diese 61 Millionen Euro ermittelt hat und dann eben wesentliche Sachverhalte in den Jahren 2007 und 2010, 2011 dann außen vor lässt, weil man davon ausgeht, das sei wesensverschieden und würde eben nicht unter diese Ansicht, eventuelle Ansicht der Steuerbehörden fallen. Dann könnte es natürlich noch auch Risiken geben, die deutlich über diese 61 Millionen hinausgehen. Also da muss Lang und Schwarz aus meiner Sicht auf alle Fälle noch deutlich an Informationen nachliefern, denn das wirft mehr Fragen auf, als man eigentlich mit dieser Pressemitteilung und beziehungsweise Ad-Hoc-Mitteilung am gestrigen Tag beantwortet hat. Dann ist natürlich noch ein Punkt, Lang und Schwarz sagt ja selber, dass sie keine Steuerrückzahlungen erhalten haben in diesen Zeiträumen, also im Zeitraum 2007 bis 2011. Da wäre es natürlich wichtig zu wissen, wer hat denn diese Steuerrückzahlungen erhalten? Waren das Kunden von Lang und Schwarz und was hat Lang und Schwarz überhaupt damit zu tun? Weil es ist aus meiner Sicht nicht vorstellbar, dass jetzt zum Beispiel Lang und Schwarz nur als Market Maker gedient hat, wo quasi die Aktien der beteiligten Parteien hin und her geschoben wurden. Da muss Lang und Schwarz beziehungsweise Personen von Lang und Schwarz in der Vergangenheit schon deutlich mehr dazu beigetragen haben, dass man hier quasi jetzt auf einmal Beteiligter ist und hier die Steuerbehörden hier Gelder zurückfordern. Denn wenn Lang und Schwarz selbst keine Vorteile hatte, keine finanziellen Vorteile, indem man hier zu Unrecht nicht bezahlte Steuern zurückgehalten hat, dann fragt sich natürlich, wer hat diese Steuern erhalten und dann könnte sich eventuell auch, wenn Lang und Schwarz hier beratend tätig war zum Beispiel, nur mitgeholfen hat, dass hier Aktien hin und her geschoben wurden rund um den Dividendenstichtag, dann hätte Lang und Schwarz eventuell auch Rückforderungsanspruch gegenüber den Beteiligten Dritten. Das gab es auch schon mal in anderen Sachverhalten, wo eben dann eine Bank den Rückforderungsanspruch gegen die Depotbank durchsetzen konnte gerichtlich. Und das wäre hier sicherlich auch von Interesse zu wissen, wer sind denn diese Dritte, die mitverwickelt wurden oder mitverwickelt waren. Und hat man eventuell dann auch einen Rückgriffsanspruch gegenüber denjenigen, die eben hier dann zu Unrecht Steuerzahlungen zurückgefordert haben. Und da wäre es natürlich ganz wichtig zu wissen, um wen handelt es sich denn? Ist der liquide? Existiert der denn noch? Hat man da Zugriff darauf? Ist er vielleicht im Ausland? Wo sitzt der? Denn das ist natürlich entsprechend für die Beurteilung des Sachverhalts von großer Bedeutung, da dann natürlich der Schaden extrem minimiert werden könnte, wenn es sich jetzt zum Beispiel um eine beteiligte Bank im Inland handelt, die auch noch eine hohe Bonität hat und man dann eben hier einen Rückforderungsanspruch haben würde. Und da bleibt aber Lang und Schwarz extrem im Dunkeln. Und ja, da müssen auf alle Fälle noch Infos kommen, um eben den ganzen Sachverhalt bewerten zu können, aus meiner Sicht. Definitiv viele Fragezeichen. Und mit Blick auf die Bewertung muss man natürlich auch noch mal sagen, es ist ja nicht sicher, wie nachhaltig auch die Ergebnisse der Umsatz und des Ergebnisses in diesen ersten sechs Monaten sind. Also die Börse hat ja auch schon beim Kurs von 130 sicherlich hier viel Risiko auch eingepreist und eine gewisse Skepsis, inwieweit man diese Ergebnisse halt auch einfach in die Zukunft fortschreiben kann. Jetzt wollen wir mit einer Frage beschließen, die haben wir auch von Mitgliedern bekommen, betrifft eine Handlungsmöglichkeit des Vorstands. Wäre es denn nicht eine Option, jetzt ordentliches Aktienrückkaufprogramm aufzulegen? Es wurde ja sogar schon mal eins verkündet. Also man könnte ja sagen, wir sammeln jetzt einfach mal alles unter 100 Euro ein, beispielsweise. Daniel, hältst du das für eine sinnvolle Alternative oder Handlungsmöglichkeit? Also auf Grundlage der Informationen, die ich jetzt habe, würde ich davon ganz klar abraten, warum. Der Vorstand selbst gibt ja in der Pressemitteilung ganz am Anfang an, dass die geringere Liquiditätsausstattung, die daraus resultieren kann, zu einer geringeren Risikotragfähigkeit führen könnte und dessen operatives Risiko darstellen könnte. Und wenn man sich die Abschlüsse auch noch mal genau anschaut, es ist ganz klar so, wie du gesagt hast, dass das Geschäft im ersten Halbjahr geboomt hat bei Lang und Schwarz. Aber man darf auch nicht vergessen, dass viele dieser Erträge eine hohe Risikotragfähigkeit voraussetzen. Das heißt, dass Lang und Schwarz auch eigene Risiken in den Positionen, in den Handelsbüchern eingehen kann. Denn nur dann kann man auch außerordentliche Gewinne erzielen. Nur wenn jetzt quasi viel Umsatz an den Börsen ist, heißt das noch lange nicht, dass die Wehrpapierhandelsbanken auch sehr hohe Erträge erwirtschaften. Warum ist das so? Denn die profitieren vor allem dann, wenn es eine hohe Volatilität an den Märkten gibt und hohe Unsicherheit auch herrscht. Das sieht man ganz gut im ersten Quartal, wo es dann eben viel mit den Biotech-Aktien rund um Biontech, CureVac, aber auch so Geschichten wie GameStop, wo eben Aktien hochvolatil waren und oft gehandelt wurden, zu hohen Erträgen geführt hat bei den Wehrpapierhandelsbanken. Und im Q2 war schon deutlich zurückhaltender die Ergebnisse, obwohl die Handelsumsätze eigentlich bei den Wehrpapierhandelsbanken nicht deutlich zurückgegangen sind. Da hätte man eigentlich oder haben viele Aktionäre ja deutlich bessere Ergebnisse erwartet. Und das liegt eben daran, dass vor allem diese Risikotragfähigkeit entscheidend ist. Und wenn man sich das anschaut bei Lang und Schwarz, dann ist es so, dass das Eigenkapital im Konzern bei ungefähr 86 Millionen Euro lag zum Halbjahr, wenn jetzt da wirklich 60 Millionen und man muss davon ausgehen, dass da noch einiges obendrauf kommt, weil ganz freiwillig wird Lang und Schwarz hoffentlich nicht zahlen. Man wird das auch nochmal prüfen lassen und auch Anwälte, Steuerberater, die man in den Fällen zur Hilfe zieht, die kosten meistens 500, 600 Euro die Stunde. Das heißt, da kann man sicherlich nochmal mit einem siebenstelligen Betrag rechnen für die ganze Aufarbeitung. Und das kostet leider Geld. Und wenn dann jetzt tatsächlich es dazu kommen sollte, dass man hier vielleicht 45 oder 60 Millionen Euro zahlen müsste, dann hätte das durchaus auch aus meiner Einschätzung heraus von den Zahlen, die man kennt zum 31.12.2020 auch Folgen für die Lang und Schwarz AG und für die Tochtergesellschaft. Denn die Lang und Schwarz AG an sich selbst, wo jetzt nicht das Handelsgeschäft betrieben wird, sondern das wird in der Tochtergesellschaft betrieben, hatte damals zu dem Zeitpunkt eine Liquiditätsausstattung, die eben unter diesen 61 Millionen Euro plus eben die fälligen Beratungshonorare lag. Die lag damals, ich glaube, bei rund 55 Millionen Euro, die Liquiditätsausstattung in der AG. Und das heißt, man müsste von Tochtergesellschaften Geld abziehen und das würde dann eventuell tatsächlich dazu führen, dass man weniger Risiken eingehen könnte und auch die zukünftigen Erträge wieder langsamer wachsen würden. Das heißt, das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen insgesamt. Aber aufgrund der Fakten, die ich jetzt so sehe, und das ist natürlich nur ein geringes Bild, weil man eben zu wenig weiß, weil Lang und Schwarz hier nicht vollständig den Sachverhalt kommuniziert hat, würde ich ganz klar davon abraten, jetzt Liquidität aufzuwenden, um eigene Aktien zurückzukaufen, um den Aktienkurs zu stützen. Das könnte, wenn wirklich es zu einer adversen Marktentwicklung kommen würde und die Märkte extrem einbrechen würden, dann tatsächlich ein größeres Risiko für die Lang und Schwarz AG darstellen. Daher würde ich davon ganz klar abraten und erstmal die Füße stillhalten, schauen, wie sich der Sachverhalt entwickelt. Und dann kann man immer noch, ich gehe davon aus, dass das in den nächsten 12 bis 24 Monaten auf alle Fälle abgeschlossen ist, das ganze Thema, dass man dann auch darüber nachdenken kann, wenn der Aktienkurs dann noch attraktiv sein sollte und auf niedrigem Niveau notieren sollte, dann auch nochmal einen Aktienrückkauf zu tätigen. Aber aktuell würde ich davon abraten, Großdividenden auszuschütten oder einen Aktienrückkauf vorzunehmen. Ich denke, man kann sagen, dass die Börse auch aktuell gar nicht so verkehrt die Risiken einpreist. Vielleicht war dieser Fall gestern auf 75 Euro ein bisschen übertrieben, aber aktuell so bei 90, über 90 Euro ist das Ganze schon nachvollziehbar, warum die Aktie dort steht, wo sie steht. Aber es existieren, und darauf haben wir auch hingewiesen, viele, viele Fragezeichen und darum auch in diesem Video natürlich keine Anlageempfehlung. Wir wollten einfach unsere Einschätzung dazu mitgeben und natürlich auch Informationen zu den aktuellen Geschehnissen liefern. Wir verweisen an der Stelle auch gerne auf andere Videos. Also dieser Kanal ist dafür da, einfach kritische Vorgänge zu beobachten, zu begleiten, beispielsweise Videos wie Northern Data zu Northern Data oder auch zur Credit Chef AG zu Ströer und noch vielen weiteren. Also wir freuen uns, wenn ihr diesen Kanal abonniert und uns natürlich auch ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Daniel, vielen Dank, dass du dich so kurzfristig eingeschaltet hast und ich denke mal, wir werden das weiter sehr eng verfolgen bei der STK. Danke und wir werden die Fragen auch an Lang und Schwarz übermitteln, die wir haben und falls wir eine Antwort bekommen, natürlich dann auch an die Mitglieder und hier auf dem Kanal dann weitergeben. Danke.